servus ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserer neuen review wir haben heute wieder eine ICS zu gast mit freundlicher unterstützung von begadi und ob man das teil auf dem feld da draußen benutzen kann das werdet ihr sehen nach dem intro viel spaß beginnen wir wie immer wie die waffe zu euch kommt die waffe kommt in dem wie ihr schon gesehen habt einfach schwarzen ICS Pappkarton macht man diesen auf haben wir hier eine schöne verschachtelung der die waffe beim transport vor schäden schützt und das ganze ja auf jeden fall an ordnung stelle hält wir haben ebenfalls dabei bei euch jetzt zum beispiel kommt ein kleines päckchen kugeln und zwei sicherungen dabei bei unserer review waffe war das jetzt nicht der fall aber bei euch ist es dabei sollte es nicht dabei sein einfach mal begadi anhauen die helfen euch da bestimmt weiter wir haben ebenfalls dabei eine bedienungsanleitung die ich euch kurz mal einblende da drin ist beschrieben auf verschiedenen seiten wie man den akku einlegt wie man das hop-up einstellen wie man das magazin schuss fertig macht wie man die waffe zerlegt und am schluss haben wir auch noch eine kleine schöne explosions zeichnung finde ich immer recht schön weil man so einfacher oder nachvollziehbarer die waffe zerlegen kann kommen wir nun zurück zu unserer waffe was ist dabei noch wir haben auf jeden fall ein magazin ne halt ihr seht schon es sind zwei magazine dabei jedoch 470 schuss high cap passende low cap magazine gibt es bei begadi überhaupt kein problem verlinke ich euch unten in die video beschreibung gut ansonsten gehen wir jetzt mal in die aufnahmen fangen wir immer von vorne nach hinten an wir haben ein sehr schön gefertigten außen lauf aus metall versteht sich natürlich schraubt man hier den mündungsfeuerdämpfer ab so kommt ein 14 mm negativ gewinnen zum vorschein zum anbringen zahlreicher mündungsfeuerdämpfer schalldämpfer was auch immer ihr wollt stahlteile haben wir hier auch verbaut und zwar haben wir hier den die aufnahme für das zweibein ist aus stahl dann haben wir die befestigung für das korn ebenfalls aus stahl gefertigt und dieses lässt sich auch schön umklappen und sind genau und dann hat man innen eine feinere visiereinrichtung machen wir weiter mit dem hauptgehäuse wir befinden sind in der mitte von der waffe noch mal kurz zum rail system wir haben hier einen kompletten kunststoff komplettes kunststoff gehäuse von 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 z immer dieses entfernt beziehungsweise den akku dann einlegt sagt man auch noch im technik bereich wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das hauptgehäuse von dem ganzen wir haben hier das komplette hauptgehäuse aus aluminium druckguss gefertigt ist auch nicht magnetisch ihr seht bloß die kleinen teile was drin sind ziehen den magneten jetzt an wir haben hier den pin metall stahl wir haben innen die verriegelung aus stahl und die verriegelung vom feuerwahl hebel zahlreiche pins und natürlich wieder die befestigung von der kimme was gibt es dazu zu sagen ganz einfach der feuerwahl hebel ist gut erreichbar und rastet auch schön und bequem ein da kann man überhaupt nicht meckern die top rail hier oben ist also aus aluminium gefertigt und kann man da zahlreiche optiken anbringen wir haben auch das feature dass wir den durchlade hebel demontieren können dazu einfach hier innen drin nach unten drücken und dann kann ich das rausziehen um beim anlegen oder bei sonstigen aktivitäten einfach ein besseres gefühl dafür zu haben weil wir finden der steht schon sehr arg raus im vergleich zu anderen waffen dann haben wir natürlich noch ein gimmick was sich aber typisch ist den abzugsbügel lässt sich zur seite klappen damit ermöglicht ermöglicht mir das auch mit dickeren handschuhen die waffe schön zu bedienen diese ist auch aus allem also aus blech gefertigt also wie gesagt bleibt der magnet hängen und ja alles in allem haben wir hier kaum spaltmaße beim hauptgehäuse sitzt alles fest da kann man echt nicht meckern was ich jetzt noch ansprechen will ich hoffe es klappt das hoff das hält das ding ist der durchlade hebel und haben wir gleich und zwar haben wir hier einen funktionierenden bolt catch wo das hülsenauswurffenster hinten hält und ich bequem mir mein hop-up einstellen kann und durch den knopf an dem schützen linken seite kann ich dieses wieder lösen und kleinen nebeneffekt auch und angenehmen sound wie wir finden und kann man echt nicht mehr kann dadurch machen wir noch zum schluss den stock von der waffe dieser ist aus kunststoff gefertigt und es nicht in der länge verstellbar oder sonstiges aber ist in der seite einklappbar mal schauen ob es funktioniert jawohl könnt ihr schon sehen rastet sauber ein sowohl davon als auch in der rückstellung da kann man echt nicht meckern die entriegelung befindet sich allerdings nur auf der linken seite klar weil hier die befestigung ist hier beim stock gibt es auch das erste was ich zum beispiel persönlich zu bemängeln haben wir haben hier oben eine spritzungsnaht die jetzt im vergleich zu dem rest von der waffe auffällt man kann es abschleifen man kann es leicht mit dem skapell abschneiden das sollte das kleinste problem sein aber trotzdem unsauber unsauber gearbeitet auch hier innen haben wir eine spritzungsnaht gut okay ist vielleicht meckern auf hohem niveau sage ich jetzt mal der stock ist auch innen ausgegossen also es ist weder platz für batterien oder sonstiges wir haben hier lediglich eine öse für noch einen trageriemen zum durchhängen dann haben wir hier die gummierte schulterkappe die ebenfalls nicht verstellbar ist oder sonstiges aber dennoch angenehm in anschlag liegt ich muss dazu sagen zur schulterstütze ich bin relativ großer mensch für mich einmal frei also ich hätte jetzt nicht gedacht dass die so angenehm im anschlag liegt also ich bin jetzt 1 86 groß und muss sagen es passt also für mich jetzt zum beispiel für mich persönlich wird es auf jeden fall schön im anschlag liegen machen wir noch die markings würde ich sagen vom schützen aus auf der rechten seite haben wir jetzt noch das sr logo eine fortlaufseriennummer das begadi kaliber 6 mm und das f im fünfeck und natürlich auch auf dieser seite die feuerwahlpiktogramme 20 1 und safe vom schützen auf der linken seite befindet sich einmal das schwabenarms gmbh schrift sucht darunter noch eine artikelbeschreibung mit sr europa sport tactic rifle der feuerwahl hebel ist selbstverständlich auch beschriftet in form von safe 1 und 20 safe natürlich safe ist logisch 1 für halbautomatisch und die 20 ist bezogen auf dem real steel modell dieses mit am 20 magazin 20 schussmagazin ausgeliefert wird und somit das voll auto bedeutete voll auto in deutschland natürlich deaktiviert wir haben diese waffen natürlich auch wieder im schusstest und im chrono test für euch gehabt was wir dafür ergebnisse erzielt haben beim chrono wie immer 0,20 gramm kugeln und beim schusstest auf 30 meter mit 0,25 gramm kugeln und wie schon gesagt was da rausgekommen ist das werden wir euch gleich sagen spot up so leute wir zerlegen jetzt die ICS sr tactic rifle oder auch sic 551 also als allererstes was wir vorhin schon angesprochen haben mal den akku das akkufach dazu drücken wir diesen pin raus und schieben das untere teil nach hinten sieht man auch hier vorne ist leicht nach vorne gegangen und ziehen dann den deckel nach oben ab und schon haben wir hier das akkufach das akkufach ist relativ groß da ist auf jeden fall platz für einiges an dipos also wir haben beim schuss das den hier verwendet passt einmal frei rein nehmen wir so nebenbei so dann gehen wir weiter dann haben wir hier hinten ein knopf den müssen wir drücken vorher machen wir uns aber hier die kleinen sicherungen ab und jetzt können wir hinten ein knopf drücken hier ist ein knopf gedrückt und dann sollte es nach vorne eigentlich abzuschieben gehen jetzt haben wir es ein bisschen leicht anschrägen beim runterziehen und dann geht das ding auch runter so jetzt haben wir gleich mal das machen wir gleich mal den abelreceiver wir haben hier den lauf drin Inklassiver Hopup Kammer. Hopup Kammer ist eine von einer G3 zum Beispiel. Da kann man auch zum Beispiel die von Classic Army, den Metall Hopup, die können wir auch reinbauen. Ist kompatibel miteinander, haben wir schon probiert. Und ja, gut, dann legen wir uns das ganze Zeug mal auf Seiten, denke ich. Also das brauchen wir nicht, wir wollen ans Interne. Um ans Interne zu kommen, müssen wir folgende Schrauben entfernen. Oh, wo habe ich es? Da ist es. Wir müssen die hier entfernen. Legen wir das auf Seite. Dann auf der anderen Seite die noch. Legen wir das auch weg. Dann könnte man das nach hinten schon rausziehen. Geht bei uns jetzt nicht, weil wir noch die untersten Schrauben drin haben. Den machen wir auch noch schnell raus. Also die Motor schrauben. Der Griff, der muss runter. Dann dann mal die Verkabelung lösen. Und den Motor rausziehen. Hier, was selten ist, wenn es nicht jeder kennt zum Beispiel. Das ist ein ICS 3000 Medium-Type. Also Medium-Größe, relativ selten in der Verarbeitung. Mir ist es nur bewusst von der PSG1 noch zum Beispiel. Von Marui, die haben die auch. Die Medium-Type-Motoren. Ansonsten fällt mir jetzt nichts ein. Wenn jetzt niemand noch weiß, wo noch Medium-Type verbaut sind, einfach unten haut es mal in die Kommentare. Das würde mich auch interessieren. So, dann hauen wir noch schnell den Griff runter. Wie gesagt, bei den Kabelschuhen ein bisschen aufpassen. Das geht ein bisschen schwer. Das ist auch weg. Jetzt können wir das nach hinten abziehen, den Schaft. Jetzt legen wir es auch auf Seite. Jetzt haben wir schon fast die Gearbox vor der Nase. Wir müssen jetzt noch die Kabelführung hier wegschrauben. Das ist ein sehr, sehr kleiner Kreuz. Ich hoffe, der passt. Aufpassen, die Schrauben sind wirklich klein. Das ist der Kabelkanal. So, dann haben wir das auch weg. Und dann haben wir den Feuerwehranheber. Der muss hier unten noch raus. Und hier die Schraube. Die Schraube muss man gleich machen. Auch ebenfalls vorsichtig sind ganz kleine Schraubchen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was für ein Imbus das ist. Braucht ihr nicht komplett raus schrauben. Vorsicht, hier ist noch eine Feder. Also hier oben drin liegt eine Feder. Ist das Feder gelagert. Aufpassen. Könnt ihr drin lassen. Wenn ihr vorsichtig seid, lasst das drin. Jetzt können wir die Gearbox rausziehen. Vorsichtig, das ist nur aufgelegt. Das Rädchen genauso wie die Platte hier. Am besten hier merken, wo was war. Weil es ist relativ schwierig, das Highway zusammenzukriegen. Dann haben wir das Rädchen. Weil viel das einfach nur gelegt ist. Also es ist nicht verschraubt oder sonstiges, sondern einfach nur drauf gelegt. So, ich habe jetzt die Schrauben schon entfernt. Also überwiegend entfernt. Die Schrauben sind hier, hier, hier. Das ist für den Anführungszeichen Käfig, Motorkäfig. Und hier. Dann haben wir oben noch ein kleines Blech drauf. V3 typisch. Einfach abziehen und dann hat sich der Case gessen. Ja, dann machen wir es einmal auf. Aber was noch zu sagen ist, die Schimmelung ist eigentlich perfekt. Würde ich so lassen. Beim hinteren Gear, also hier oben bei dem, mir fällt der Name gerade nicht ein. Würde ich sogar eine kleine Scheibe runter machen, weil das ist relativ straff. Ansonsten, gut. Kann man echt nicht meckern. Das ist eine super Schimmelung. Alles sehr straff. Vielleicht zu straff. Und ja, machen wir es mal auf. So. Dann haben wir es auf. Was gleich auffällt. Sehr gut gefettet das Ganze. Schmiert ordentlich. Und ja, so. Nehmen wir uns mal die Links vor. Die Details. Schon mal eine Monsterfeder. Also eine Riesenfeder drin. Was ich mir dann schwer tun würde, beim Zusammenbauen. Ähm, gut, dann gehen wir her. Dann kommen wir raus. So, rausgehebelt. So. Also. Tablet Plate. Meines Wissens nach. Eine etwas abgewandelte. Also keine Standard V3. Noch ein bisschen abgewandelt das Ganze. Nozzle. Sehen wir hier. Kein Ohrring. Normales Kunststoff. Ist aber, denke ich, okay. Kann man jetzt nicht viel dazu schimpfen. Ähm. So. Dann haben wir hier den ICS Piston. Inklusive Piston Head. Mal gucken, ob der. Also den ICS Piston hier nochmal. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat. Ähm. Dichtet. Super ab. Kann man echt nicht meckern. Also da geht nichts raus. Echt super von der Dichtigkeit her. Dann Gears. Standard ICS Gears. Ähm. Was für eine Übersetzung geht es haben. Bisschen genau. Ansonsten, wenn es jemand weiß, haut es in die Kommentare rein. Äh. Sind, wie gesagt, gut geschmiert. Gut gefettet. Da gibt es nichts zu meckern. Oder nichts zu beanstammten. Oder sonstiges. Standard V3 Switch. Hier steht das erste Ding an. Wenn man sie dauerhaft mit 11,1 Volt LiPo betreibt. Ich weiß nicht, wie lange die Switch das mitmacht. Also angegeben ist sie LiPo Ready 11,1er. Äh. Und ja. Also ich denke mal, dass es auf jeden Fall. A ganzer Zeit ihren Dienst tun wird. Ansonsten, äh. Ich werde es zum Beispiel so machen, dass man von der Joule ein bisschen runter geht. Also von der Energie. Und sie dann mit 7,4 Volt betreibt. Ich habe da weniger Verschleiß. Ähm. Etc. Also wie gesagt. Es bleibt aber jedem selber überlassen. An für sich. Ist alles. Sehr gut. Die Shell ist stabil gebaut. V3 ist eh so eine Shell, die relativ selten bricht. Ähm. Ähm. Ja. Das einzigste, was ich jetzt hier zum Beispiel kritisieren würde. Oder was man verbessern könnte, wäre zum Beispiel, dass man hier einen Stallzahnpisten rein macht. Und vielleicht hier vorne, dass der Zylinder hat, ähm, vielleicht sogar tauscht oder abdichtet nochmal. Was ich aber jetzt eigentlich nicht nötig finde, weil es ja von Haus aus sehr dicht ist. Gut. Wie gesagt, das ist was, äh, von hier, ähm, machen wir weiter mit dem Fazit. So, haben wir alles durch. Technikpart ist auch abgehakt. Geht man nun zum Fazit von der guten Waffe. Die Waffe ist auf jeden Fall für 380 Euro eine Menge Geld. Wie ich finde jetzt zum Beispiel als Familienvater ist das doch relativ viel Kohle. Aber man bekommt hier eine super verarbeitete Waffe. Eine vor allem funktionierende Waffe. Aus dem Karton raus. Akku ran. Los geht's. Ähm, kleinere, äh, Mangel, oder Mankos finde ich jetzt zum Beispiel prinzipiell überwiegend eigentlich der Motor. Weil, wie gesagt, der ICS hat zwar Power wie Sau, zieht auf Federn bis 170, schieß mich tot. Ähm, mit einem 11,1 Volt Lipo ist das überhaupt kein Thema. Da lacht er sich kaputt. Aber, das ist natürlich auch, ähm, eine Kehrseite der Medaille. Er frisst dadurch extremst Strom. Also, wenn ihr diese Waffe auf dem Spielfeld mitnehmt, auf jeden Fall mindestens, also ich würde jetzt mal sagen, wenn ihr viel schießt, sage ich mal 3000 Schuss am Tag, denke ich mal, auf jeden Fall müsst ihr drei Akkus einplanen. Ähm, mit circa 1200 bis 1400 mAh plus minus, aber das müsst ihr selber sehen. Ähm, ähm, Alternativen dazu, wie im Technikpart schon angesprochen, natürlich ein Motor tauschen. Ähm, was noch angeboten wird. Was man machen könnte, zum Beispiel, ist von Begadi die Gearbox noch abdichten, beziehungsweise ein kleines MOSFET reinlöten lassen. Ähm, da sind die Preise von Begadi auch sehr moderat, müssen wir sagen. Da könnt ihr auf jeden Fall diesen Stromverbrauch reduzieren, wenn ihr euch für ein MOSFET entscheidet. Und dann läuft das Teil. Ähm, ansonsten habe ich jetzt nichts großartig Negatives an der Waffe gefunden. Und, ähm, kann sie somit euch klar empfehlen. Ähm, genau. Jetzt hat noch was in eigener Sache. Und zwar wird 2018 ein bisschen sich was ändern. Und zwar werden wir einen neuen, äh, Review mit, äh, einbinden. Ähm, da wird das neueste Video dann irgendwann Anfang, Mitte Januar kommen. Und, ja, ich hoffe, ähm, dass wir uns dort auf jeden Fall wiedersehen werden. Und freue mich auf das Jahr 2018. Falls man sich nicht mehr sieht, es wird vielleicht noch ein Video kommen für einen Rückblick, was wir dieses Jahr, ähm, gemacht haben. Als Reviewware hatten und was daraus geworden ist. Ähm, kam als Idee von, von einem aus meinem Team. Und finde ich eigentlich nicht schlecht. Könnte man eigentlich mal machen. Ähm, ja. Ansonsten, äh, falls man sich halt nicht mehr sieht, wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Beziehungsweise einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und, äh, würde auf jeden Fall in der Hinsicht jetzt mich jetzt von euch verabschieden. Und wünsche euch ein geruhsames Wochenende. Euer Heubi FV. Macht's gut. Und, äh, wird auf jeden Fall in der Hinsicht. Er ist mit der Nacht so dassΣYS-T vapen gehen. Vielen Dank.